Hallo YouTube! Ihr wollt wissen, wer Pete ist? Das ist unser Pete! Magdeburg, State Open Championship, 57 Spieler, 6 Runden werden gespielt und anschließend verbracht. Die Bösen Eggert-Zwillinge nebeneinander. Runde 2 hier beim Turnier. Die Bösen Eggert-Zwillinge nebeneinander. Drei, Drei! Wenn du mal gegenseitig bist, und ich vermisse, sie ham dann alleine. Ich hab dich durchgefilmt, ich hab nur deinen Dings verfolgt, dein Feld. Was war denn das hier, die Presse? Ich mach nur dir, Dinger, ich mach euch das. Möchtest du noch was sagen für die Kamera, für Arzt, Jens? Ich hätte gern deinen Presse ausweichen. Na, na, guck dir dann, schon wieder. Sag mal deine Meinung zu Arzt, Jens. Meine Meinung zu Arzt, Jens? Ja, was hältst du von Arzt, Jens? Das ist für mich persönlich ein sehr guter Freund. Das ist schön. Runde 4 beim Turnier. Überraschenderweise Arzt, Jens, natürlich 1. Mit seinem Impa neuen Tesch. Und wird sehen, wie es weiterläuft. Geh du mal. Es gab bis jetzt erst einen Drop. Sonst spielen noch alle. Ich hab's ja nicht mehr. Ich hab's ja nicht mehr. Ich hab's ja nicht mehr. Und das ist für YouTube? Nee, das ist nur so ein paar Eintritte funktioniert. Ja, wir befinden uns jetzt im Finale. Wir sehen hier ein Mermeldeck von Harald Rose. Und ein Spirit-Dostrick von Turm Wahl. Ich bewege mich jetzt langsam mal zu dem K.O. von heute. Dem Nino. Und wir fragen jetzt der Nino mal, ob er zufrieden ist von seinem Turnier. Ja. Ich kann mich nicht beklagen. Wir hatten perfekt gepasst auch von den Plätzen. Genau. Wir hatten glaube ich 57 Spieler. 57 Spieler. Genau. Ich wurde unglücklicher Neunter. Weil die Tops nicht entschieden haben zu draw. Ja. Die Toren und ich spiel richtig. Naja, gut. Und dann fragen wir mal noch den R-Night. Von hier ist fast vorbei. Wie geht's? Der liegt flüssig durch. Das Knall zieht's ein bisschen in die Länge. Aber kann man nicht ändern. Okay. Gut. Ich werde dann noch im Anschluss euch sagen, wer gewonnen hat. Bis dahin. Das Turnier ist vorbei. Und du widelst jetzt so. Thoben Wall hat mit Ghost Week Spirit gewonnen. Was er eiskalt genetheckt hat. Und jetzt grillen wir bei Max. Im Finale zu erwähnen gegen den legendären Harald Rose. Den ich an dieser Stelle herzlich grüßen möchte. Ja, natürlich. Und wir sind gerade dabei den Grill anzubekommen. Wir haben's. 22 Uhr. 7.11 Uhr oder so. 22 Uhr 47. Wir werden alle brennen. Und mal schauen wie der Arm noch. Und wir werden alle brennen. Wir werden auch alle brennen. Weil Arnold ist gerade am Berg hier. Er wedelt. Er wedelt sich ein. Hallihallo. Ich hoffe euch hat mein neues Video wieder gefallen. Wenn ihr Wünsche oder Kritik habt, äußert sie unter dem Video oder auf Facebook. Meine Seiten sind bekannt. Das nächste Deckfeature präsentiert euch Max über das Thema Gutschen nächste Woche. Ich wünsche euch noch frohe Ostern. Und willst nicht schmerzen, kauf bei Ärzten. Die ist schon. 6. 7 Jahre alt. Hast du jetzt herausgefunden wie man will? Leuchtet's rot oder? Ja. Aber da oben steht Aufnahmen in rot. Ja. Ja. Dann nimmt er jetzt auf. Ja. 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 Das ist schon.